Hallo und Willkommen zurück bei der dritten Aufnahme von War Thunder. Mit dabei ist wieder der Hector. Servus. Und der Widere ist auch wieder mit dabei. Grüß euch. Der kann nicht mehr ohne uns. Nein, das hat mir so gut gefallen. Das denk ich mir schon, das denk ich mir schon. Wenn du besser bist wie mir, kannst du uns immer dissen dann. Ich bin bloß schneller. Das stimmt allerdings. Ah, jetzt zieh ich mich zu. Aber keiner ist langsamer wieder geübt. Da geht wieder neu. Das ist komisch, wenn wir eine Aufnahme starten könnten. Ein ZKZ da, ja? Ich setze dir eine Wien und schaue recht auf den Panzern zu. Ja. Na, wünsche ich Spaß, Mo. Ja, ja. Einer kann nur so lieber mich locken. Hm. Gehen wir weiter zu B oder verteidigen Sie? A. Die werden bestimmt gleich da oben halten. Nein. Was haben wir zu probieren? Oh, da links steht einer. Ah, jetzt haben wir noch. Wetter müssen wir da in der Einstellung jetzt zeigen, was man tun muss. Wenn das Problem spielt, wo das überhaupt nichts zu lösen ist. Ja. Die aktive Aufklärung. Die aktive Aufklärung. Die aktive Aufklärung. Oh. Da hat der Stengler zwar am nächsten Mal. Und jetzt bin ich sie. Ah. Weg hier. Unser Sektor liegt unter Razzelleriebeschuss. Der Fein hat einen Razzellerie-Schlag angefordert. Was ist das? Hm. Und jetzt wird's noch ein bisschen weg. Ein bisschen weg. Ein Bierlig. Gleichzeitig. Bär, die Hürde Das war mir schon der Hürde Du schau, wenn du ihn enttäuschst Geht so weiter, wie es jetzt mehr aufgerückt Ich schau, wenn du ihn enttäuschst Aber wenn du ihn schießt Woher du ihn nicht mehr schießt Ich kann nicht mehr kommen Wenn ich nicht mehr schießen Wollt ihr euch, 그대로 Ich kann nicht mehr kommen Warum kann ich nicht mehr kommen Liedere, nach vorne Jetzt ist er mir Hitler Oh, ich bin in die Lücke. Auch. Mut zur Lücke. Ich will nur wieder kommen, wenn du verletzt. Links von dir, wo ich da bin. Ja, er hat mich gesehen. Das ist gut. Hm. Obwohl. Muss ich mit dem kleinen Panzerjäger mal, dann gibts du. Jetzt hat er bloß ein blöder T4 um 30%. Und der M3. Ach, schon bin ich. Genau, der hab ich von kurzem aus gesehen. Das gibt's ja nicht. Dass den gar nicht oben weggekriegt. Ich geh schon jetzt zur Zustimmung. Warum darf ich nicht mal fragen? Das ist nicht möglich in den... Ich glaub nicht. Ich glaub, das ist nur ein Panzer. Dann müssen wir dann schon mal in einer anderen Tür. Ja, jetzt. Ich glaub, da machen wir ja irgendwie nicht. Wir haben wirklich dann doch vom Punkt C. Wir werden auf Punkt A geschlossen. Wir erobern grad unseren A-Punkt. Ein A-Punkt. Aber jetzt möchtest du ein Video gesehen über Ein-Pots, was es gibt da. Du triffst da immer an kritischen Stellen. Auf Kilometer entfernt. Da legt sich das. Die Kanone kommt selber aus. Komm. Das haben wir alle. Das müssen alle haben. Bloß wir nicht. Ja. Ja. Sportlich, sportlich, dass du da auszutimmst. Ich hab's gesehen, wie du da aus nix. Was? Na, wo trifft mich die jetzt? Oh nein! Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Bis es wüsste. Da fahren wir über die ganze Nähe Auf 1 Uhr kommt jemand Wieder Aber der hat dir jetzt in den Saug verfolgt Ich weiß nicht, dass ich gehe Wieder hast du das Gras ausgeschaut Ich bin zielhaftig, oder? 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 Seid, oh, schau geil aus Wir wurden leider geschlossen Jetzt ist er wieder doch Hast du mich gehört wollt, oder? Warst du schon hier? Ja, wir haben mit dir geredet, aber du hast nicht geantwortet. Hallo? Ja, wir hören dich. Hallo? Hallo? Wo ist er? Wie bitte? Ja, Timmy? Ja! Aber du wirst anscheinend uns nicht. Machen wir mal eine kurze Pause. Technische Probleme. Ja, wir hören uns gleich wieder. Auf jeden Fall. Bis gleich. So, dann sind wir wieder da. Hören wir uns wieder alle miteinander. Und wir sind schon wieder bereit für den nächsten Untergang. Na dann, machen wir noch eine, oder? Oh, freu dich. So, ein Versuch läuft. Surfer gefündet. Oh, was neu ist? Kenne ich nicht. Na, die, das ist die Eiscord. Na, die habe ich nicht. Ah. Ah, wie hat es sich meine? Die habe ich auch schon mal gespielt. Aussetzen gerne. Nee. Was, B? Cäsar. Cäsar. Wir können ja ein B machen. Da sind wir rum. Charlie. Komm erst nach Charlie und dann nach Freiburg. Komm nicht rein. Weißt du, es ist ja ein Riesenbranzer. Oh, jetzt mach, 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 mach. Ich glaube, das ist ja ein Riesenbranzer. Ich glaube, dass der ganz flink zeigt. Ich glaube, es ist ja ein Riesenbranzer. Ich glaube, der ist ja ein Riesenbranzer. Ich glaube, es ist ja ein Riesenbranzer. Blank hier nach. Das Spielspiel kennen. Da ist er auch noch Was soll er mit erwischt? Ja, was ist das? Freit zu, Gongo, du können mal den vor mir Ja, du bist nur die aufziehe anscheinend Drei Gewicht wurde von verbündeten Truppen eingenommen Ja, dann können wir uns ja gut hinnehmen Wir kommen wieder auf C, oder? Da geht's schon zu Bist du hinter mir? Ja, ich bin hier wohl Ich bin hier wohl Ich kann sie sogar abprallen vor dem Bom Wenn es in Bonnach ist Da haben sie mich schon erwischt Ich bin noch nicht einmal dran Da haben sie mich schon erwischt Ja, die raschen ganz schön wieder die Die Räubern Die Gruppen sind auf ganzer Linie mit dem Zug Ich kann ja nicht einmal schießen Der hat mich vorhin bis hier und ich kann nicht schießen Und weg bin ich Nein Ich habe zwei vor mir Hector bis hier Nein Wo läuft das denn? Bei dem See Jetzt habe ich wieder um einander geschaut Weißt du wie du um einander schaust? Und dann habe ich nicht einmal die drei Formen umgelegt, sondern irgendein bisschen 15 Kilometer weiter Sicher Das Spiel ist toll, ich liebe es Ich habe nicht gesehen, bereits was Ich sehe mich reingenommen Wither oder wandreiche links von dir? Ich habe es gemerkt, ich habe sie jucken an der linken Seite Ein leichtes Zwicken Nein, ich habe nur so einen voll großen Formen, wenn du die ganze Zeit auf der MG-Poste bist Oh, jetzt bin ich voll in die Adi rein Nein, nein, Bomber Nein, Bomber Manchmal habe ich das Gefühl, die checken einfach nicht, dass man das MG-Fahrer sieht Und das nachverfolgen kann, wo das herkommt Ich glaube fast, dass die Bemerkern würde da noch gegen die Räumen ziehen, dass da überhaupt ein Schmitte an Jetzt hat sie wohl die Hilfen über Ah, da ist der Gerwulf noch Ich weiß nicht, nicht Ich habe keine Ausflukten Ich glaube so, dass wir mich nicht mehr.. Ich bin ein Räumen auf dem, der ist Ich habe keine Ausflukten Auf gehts, Kehrpuhl! Ich zeig's Ihnen! Es schaut so aus Ja, die haben uns gesteckt jetzt Ich bin draußen Das Spiel läuft unter dem Motto Sie standen an den Hängen und Festen Ja Machen wir's kurz und schmerzen auf das grausame Schauspiel! Ja Also Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht Ein paar kurz Aber wir werden schon wieder Ne, wir werden schon wieder Servus Servus